Und ich hoffe zum letzten mal eine Unterbrechung, jetzt geht es jetzt mal weiter Mit Portal 2 Hier lang hoffe ich mal Schwupp Und hier kommen wir auch noch irgendwie raus So Da komme ich erst mal nicht hin Okay, dann erst mal hier runter Keep out, do not enter Do not enter, keep out Okay, die bleibt wohl zu Die auch und die auch Okay, wir brauchen jetzt wahrscheinlich die Zoom-Funktion Um uns da drin irgendwas rein zu Mörsern Also ich sehe da erst mal nichts Aha So also Jetzt kommen Schwupp Zack und jetzt bräuchten wir hier nur noch So Do not enter, keep out Vielleicht müssen wir jetzt hier drauf Ja Ja So Dann müssen wir wahrscheinlich da hin Ach okay Bisschen weiter oben So Schwupp Hebel drücken Da hinten rein Hebel drücken Was Was Blau und orange Okay 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 nochmal Zack So 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 Zuck. Danger, emitternden Stor, the weird peasant keep out. Do not enter, ja. Bei meinen englischen Künsten hört sich das so an wie durchgequirlte Scheiße. Zuck. Danger, wahrscheinlich ein Lava-Ding. Und alles wackelt. Und wir müssen bestimmt wieder irgendwo Portale hinhauen. Da nicht. Hier auch nicht.